Herzlich willkommen zurück, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu unserem Kurs Medienteorie für die Studiengänge BVB und MIB an der HTWK in Leipzig. Wir haben uns beim letzten Mal ein bisschen vertieft befasst mit dem Radio, Hörfunk und wollen uns heute sozusagen gleichsam medientechnologisch zwangsläufig mit dem Fernsehen oder dem Fernsehfunk beschäftigen. Also in der nächsten logisch notwendigen Stufe der Medieninnovation war es dann eben möglich, nicht nur Audiosignale über Funk zu übertragen, sondern auch audiovisuelle Signale, womit technologisch in den Anfängen bereits in den 30er Jahren experimentiert worden ist, richtig durchgesetzt. Hat sich das dann erst in der Nachkriegszeit in US-Amerika etwas früher als in Deutschland. Bei uns hat dann eben nach oder sozusagen begleitend zum Wirtschaftswunder dann vor allem in den 50er, 60er Jahren die Fernsehdiffusion stattgefunden. Aus welchen Gründen können wir auch gleich nochmal besprechen. Ich würde vielleicht gern zum Einstieg Ihnen so einen ganz kurzen Ausschnitt aus einer Dokumentation damals zum Fernsehen und der Bedeutung des Fernsehens für die Gesellschaft zeigen. Und Sie werden dort vielleicht sehen, dass es vielleicht noch mit einem etwas unkritischen Blick auf das Fernsehen gleichwohl die gesellschaftliche Bedeutung des Fernsehens schon erkannt zu sein scheint. Nämlich derart, dass hier dem Fernsehen eine ebenso prägende Bedeutung für ein ganzes Zeitalter beigemessen worden ist, wie vormals eben auch verschiedenen Epochen. Und das kommt am Anfang sehr gut zum Tragen. Und ich will dann vielleicht rausgehen aus dieser Dokumentation ab bei einem bestimmten Punkt, der uns schon in die Medientheorie vielleicht hineinführt. Hören Sie mal rein. The very ancient. The old. The medieval. The modern. Imprints of man's never-ending path of progress silhouetted against the ageless canvas of the sky. Our day, our times, our signature, our skyline. Metal fingers beckoning to the invisible, calling to sound the ear cannot hear, and sight beyond the range of the unaided eye. Our era, the era of television. The dream of television had persisted for centuries. The human eye is a miraculous instrument. Perceptive, sensitive, forever tuned to the pulsating wavelengths of light. Yet the eye is hemmed in by horizons. It cannot see over a hillside or beyond the haze of distance. To extend the range of human eyesight, man developed marvelously sensitive instruments. Also Sie haben jetzt gerade hier am Schluss das gesehen, als diese Dame den Hügel bestiegen hat, um danach möglichst weit in die Ferne zu sehen. Das beschreibt sehr gut auch die ersten medienteoretischen Ansätze zum Fernsehen. Und wie auch schon der Begriff eigentlich offenlegt, etymologisch könnte man fast sagen, ist mit der Television gemeint, dass Fernsehen können. Das sozusagen über das, was unsere menschliche Auge uns befähigt, nämlich nur bis zu einem Horizont bestenfalls zu schauen, darüber hinaus in die Ferne zu sehen. Was gleichzeitig natürlich die Vermutung auflegt oder unterstellt, ganz nach Susan Sonntag, dass das, was das Fernsehen uns ermöglicht, einen Blick genauso in die Realität zu werfen, wie es uns das eigene Auge ermöglicht. Also auch so eine Art Realitäts- und Wirklichkeitsvermutung, die ganz konkurrent das Abgebildete im Fernsehen gleichsetzt mit dem, was wir real in Anführungszeichen mit unseren Augen sehen können. Etwas, dem ja dann spätestens Niklas Luhmann 1996 mit seinem Buch Realität der Massenmedien entgegengetreten ist. Aber im Grunde müssen wir intuitiv auch immer gegen diese Wirklichkeitsvermutung auch ankämpfen, wenn wir uns diese Realbilder ansehen. Das ist im Prinzip das Gleiche wie in der Fotografie. Das hatten wir, Sie erinnern sich, mit Susan Sonntag ja schon beleuchtet. Also das ist der eine Aspekt hier, der in dieser Dokumentation schon ganz wunderbar gehighlighted wird, dass man eben hier dieses Fernsehen über das, was das menschliche Auge imstande ist, hinaus hier versinnbildlicht. Und der zweite Aspekt, Sie haben das gesehen, da kann man nun ästhetisch drüber streiten, ob Kabel und Antennen über den Dächern in den Suburbs jetzt eine besondere Ästhetik aufweisen. Aber dass es ein Ausdruck einer gesellschaftlichen Prägung ist, das kann man hieran vielleicht schon erkennen. Und das ist sicherlich auch nicht ganz falsch. Nun, ich würde ganz gerne jetzt hier, wie Sie es gewohnt sind, auch so einen kleinen Schweinsgalopp durch Medieninnovative Milestones machen. Sie sehen hier jetzt, was ich eben eingangs schon erwähnt habe, ein bisschen so diese Diskrepanz zwischen der Fernsehdiffusion. Einerseits in Amerika, wo sie es schon sehr weit verbreitet hat und bei uns natürlich bedingt durch die Nachkriegs, durch die Kriegszerstörungen, durch das Erfordernis des Wiederaufbaus und dass einfach andere, viel elementarere, existenziellere Sorgen der Menschen vordringlicher waren, als jetzt sich eines neuen Mediums zuzuwenden, es eben in Deutschland zu einer Verzögerung der Nutzungsverbreitung kam, die aber, wie Sie sehen, dann doch relativ schnell, hier also nach den Wirtschaftswunderjahren, nachdem sozusagen der Schweinsbraten sonntags wieder auf dem Tisch war und man auch wieder ein Dach über dem Kopf war, hatte dann sich doch auch dieses Fernsehen durchgesetzt, hat aufgrund seiner, aufgrund der Faszination dessen sich sozusagen Kultur, in Anführungszeichen, wir kommen zu Theodor Adorno ja noch, ins eigene Wohnzimmer zu holen, was natürlich der Bequemlichkeit oder dem Neigen des Menschen vielleicht auch zur Trägheit und zur Sesshaftigkeit, ich meine, das ist ja im Grunde eine Menschheitsgeschichte für sich, zu Pass kam. Und was es für Veränderungen mit sich gebracht hat, das sehen Sie hier ganz gut, nämlich, dass plötzlich sich auch in den kleinsten Sozialsystemen, also in der Familie, etwas verändert hat in der Interkommunikation. Deshalb finde ich dieses Bild so passend, nämlich sozusagen vormals diese Intrakommunikation, wo man vielleicht noch am Esstisch saß, idealisiert natürlich, und sozusagen hingewandt zu den übrigen Mitgliedern des Familiensozialsystems Kommunikation betrieben hat, vielleicht gerade auch in den Abendstunden, dass es jetzt sozusagen so eine Aufmerksamkeitsfokus-Wegwendung gibt, zu einem altarhaft in irgendeiner Wohnzimmerecke oder an der Wand befindlichen Apparates zugewandt ist. Und wir hier jetzt, anders als beim Radio, so wie wir das vormals besprochen haben, nun eine stärkere Bindung hatten, nämlich eine Bindung, die audiovisuell stattfindet. Also nun sind sowohl Ihre Augen als auch Ihre Ohren gebunden, was kaum ermöglicht, zumindest in dieser Anfangszeit, das Fernsehen als By-the-Way-Medium zu betrachten, sondern es saugt sozusagen Aufmerksamkeit, Kommunikationsaufmerksamkeit auf, die natürlich dann subtrahiert wird für andere Kommunikationsvorgänge, die dann dort nicht mehr da ist. Und gleichzeitig haben wir hier beim Fernsehen nun etwas anderes als bei Tageszeitungen zum Beispiel, was stärker in die Zeitdisposition der Menschen natürlich hineingreift. Vielleicht überlegen Sie selber mal, was könnte das sein? Was ist der Unterschied zwischen Fernsehen und den damals bekannten natürlich massenmedialen Tageszeitungen? Beides sind Massenmedien, aber was ist der Unterschied? So, wenn Sie das Video haben weiterlaufen lassen, so eine kleine Aufklärung zu machen in dem Kontext. Nun, was hier der Unterschied ist, erklärt sich vielleicht in dem Satz von Niklas Luhmann, er besitze gar keinen Fernseher. Ja, er benutzt eigentlich im Grunde nur die Tageszeitungen. Was allerdings kein Statement gegen das Fernsehen sei, sondern was ihn da einfach stört, ist eben die zeitliche Gebundenheit. Es ist ein lineares Medium. Sie können nicht wie bei der Tageszeitung gleichsam on demand sagen, so jetzt habe ich mal zehn Minuten Zeit, mir einen Artikel durchzuschauen oder einen Leitartikel zu lesen, sondern Sie sind dort zeitlich gebunden. Das heißt, die Samstagabendshow kommt um 20 Uhr beziehungsweise um 20.15 Uhr. Die Nachrichten kommen um 20 Uhr. Dr. Kimbel wird zu dieser und jener Uhrzeit ausgestrahlt und möglicherweise auch gar nicht wiederholt. Das ist genau das, was sie heute wieder weg haben durch On-Demand-Dienste, Netflix, Amazon, was wiederum sozusagen ein Rezeptionsvorteil ist gegenüber dem Fernsehen und ja auch deshalb zur Wegwendung der jüngeren Generationen von diesem starren linearen Fernsehen führt, ist das ein ganz markantes Merkmal, das so in diesen Anfangszeiten der 50er Jahre über die deutsche Gesellschaft kommt und deshalb eine stärkere Veränderung mit sich bringt, als es etwa andere Massenmedien getan haben. Natürlich haben auch epochale Auswirkungen Wochen- und Tageszeitungen gehabt, ohne Frage. Aber was wir hier zusätzlich haben, ist eben die starke Determinierung von Zeitdisposition, von Lebenszeitdisposition von Menschen und das sozusagen einfallen, das Infiltrieren der letzten Interkommunikationsenklaven, Intrakommunikationsenklaven in der Familie. Ja, es ist so in diesen Abendzeiten, wo es eigentlich den Massenmedien noch nicht gelungen ist, hineinzudringen und das gelingt sozusagen mit dem Fernsehen durch die Festlegung auch von Ausstrahlungszeitpunkten, genau zu den Zeiten, wo die Familie gemeinsam zu Hause ist, also außerhalb der Arbeits- und Schul- und Studentenalltag und besetzt damit sozusagen diese letzte freie Nische. Und das ist wahrscheinlich, würde ich sagen, eine Vorbedingung, die den Nährboden legt für das, was später dann die Kritik von Adorno, der sogenannten Kulturindustrie, ist oder zumindest mitprägt. Darauf würde ich dann vielleicht gleich nochmal gesondert eingehen. Aber das darf man nicht unterschätzen, dass was die Prägung angeht, dann vor allem der Anfänge der 50er, 60er Jahre, ich würde sagen bis in die 90er Jahre hinein, das Fernsehen wahrscheinlich mit das determinierendste Massenmedium ist, das es je gab. Auch hier wird man wahrscheinlich Determinierungen durch neue On-Demand-Dienste nicht mehr so stark sehen, weil sie eben nicht mehr linear sind, weil sie On-Demand individuell abrufbar sind, zu Zeiten, die den einzelnen Nutzer und die Nutzerin wieder zum Souverän der Zeitdisposition macht. Klammer auf, abgesehen davon, dass es natürlich auch Zeit frisst, wenn man ganze Staffeln von Amazon und Netflix wegsaugt. Das ist natürlich Staffeln von Serien. Das ist unbenommen. Das greifen wir gleich nochmal bei der Adornoschen Kritik auf und fragen uns, ob sie noch zeitgemäß ist, ob man Adorno im Grunde genauso auch auf heutiges Mediennutzungsverhalten Anwendung finden lassen kann. Gut, das sozusagen jetzt hier mal als historischer Einstieg in die Zeit des Fernsehens, in die Diffusion von Television. Und kommen wir jetzt zu Theodor Adorno, der auch aus einer Denkschule heraus seine eigenen Gedanken entwickelt hat, die man wahrscheinlich tendenziell als marxistisch ansehen darf. Die aus der sogenannten Frankfurter Schule kommt aus der Denkrichtung, die wir schon bei Walter Benjamin gesehen haben, als wir uns seinen technikphilosophischen Ansatz, das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit angeguckt haben. Und auch hier wendet jetzt Theodor Adorno, der persönlich durch seine Biografie natürlich migrationsgetrieben aus Deutschland nach US-Amerika gekommen ist und dort geprägt worden ist, auch durch diese Eindrücke, dass das alte Europa Verlassene in diese neue Situation einer schon stärker kapitalistisch geprägten Gesellschaft in US-Amerika kam und dort wohl mit einigen Befremden gesehen hat, wie dort Fernsehkultur aus seiner Sicht doch einen starken Gegensatz prägte zu dem, was bislang Kunst und Medienkultur oder überhaupt Gesellschaft war. Und er setzt an zu einer fundamentalen Gesellschaftskritik, die auch so ein bisschen verschwestert oder verbrüdert ist mit seinem generellen Gedanken, die er dargelegt hat, zusammen in dem Werk mit Max Horkheimer, die Dialektik der Aufklärung, die vielleicht dem einen oder anderen von ihm geläufig ist, indem er noch viel breiter eine sozio-philosophische Kritik aufstellt und im Grunde, ich will es jetzt mal sehr stark vereinfachen, in diesem Kurs der Union eher auf mittlerem Niveau stattfindet und im Grunde so eine Art gedankliche Gleichstellung macht mit dem Faschismus, mit dem NS-Faschismus. Es ist eigentlich im Grunde egal, ob ich NS-Faschismus betreibe oder ob ich dieses kapitalistische System der Kulturindustrie habe, die auch in eine Art verwaltete Welt führt, in dem der Mensch eigentlich im Grunde gefangen ist, ist nicht frei und die Gedanken der Aufklärung, dazu komme ich gleich nochmal, im Grunde genauso negiert werden in einem kapitalistischen System der Kulturindustrie, wie es im Faschismus der Fall ist. Der Gedanke der Dialektik, also im Sinne des Umschlagens der Aufklärung, ist nochmal ein ganz eigener, den will ich hier jetzt nicht aufgreifen, weil wir ja kein Philosophie-Seminar machen. Dazu können Sie natürlich gerne sich Dialektik der Aufklärung mal auf den Nachttisch legen oder auch Sekundärliteratur dazu bemühen. Aber das nur sozusagen als Hintergrund zu Theodor Adorno. Und Theodor Adorno kommt aus dieser vielleicht sicher auch marxistischen oder kapitalismuskritischen Denke natürlich zu eher pessimistisch, fast apokalyptischen Einstellungen gegenüber der Kulturindustrie, wobei man sich schon fragen kann, ob sich die nicht teilweise, gerade eben heute, wo wir ja auch schon wieder breiter in der Gesellschaft merken, wohin Kapitalismus uns führt, sozusagen in dem Moment, wo wir selbst unsere Lebensgrundlagen dem Kapitalismus unterworfen haben, das eigentlich uns dann auch auf diesem Planeten kurz vor den Abgrund steuert. Und da ist es sich schon lohnt, heute nochmal sozusagen den Blick zurückzuwerfen auf die damals vielleicht dann schon prophetischen Thesen von Theodor Adorno, die heute in einem anderen Licht und auch sehr aktualitätsbezogen erscheinen. Das gilt übrigens für viele der philosophischen Ansätze von Theodor Adorno, etwa auch sein Vortrag zum Rechtsextremismus, beziehungsweise Rechtsradikalismus, der, glaube ich, jetzt vor kurzem auch nochmal neu verlegt und erschienen worden ist. Also auch das scheint zeitlos zu sein, so wie viele Gedanken von Theodor Adorno zeitlos zu sein scheinen. Ob das jetzt auch auf seine Fernsehkritik zutrifft, das können wir uns gemeinsam vielleicht mal anschauen, indem wir uns einige seiner Thesen, die ich jetzt eklektisch so ein bisschen hier in Bullet Points aufbereitet habe, uns mal anschauen. Die erste, das ist so ein bisschen auf den ersten Blick vielleicht nicht klarer Satz, eine klare These. Die Medienindustrie pervertiert die Idee der Aufklärung, indem sie das Geschäft zur Ideologie macht, die letztlich einen Zirkel von Manipulation und rückwirkendem Bedürfnis legitimiert. Ein Zirkel von Manipulation und rückwirkendem Bedürfnis legitimiert. Gut, lassen Sie uns das vielleicht Stück für Stück angehen, indem wir zum ersten Mal überlegen, okay, was meint er denn mit, es pervertiert die Idee der Aufklärung? Was ist denn die Idee der Aufklärung? Ja, wir kennen die Aufklärung als geschichtliche Epoche, aber was ist nun der Kern? Was bedeutet denn Aufklärung? Und hier finde ich immer nach wie vor ist es ganz gut, wenn man sich Immanuel Kants Aufsatz dazu vorlegt, der ja glaube ich ausgeschrieben von der Preußischen Akademie der Wissenschaften eben diese Abhandlung geschrieben hat und die heißt nun mal genau, was ist Aufklärung? Und Aufklärung ist danach in der Kurzformel der Ausgang aus der Unmündigkeit und zwar aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit des Menschen. Das ist es, der Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit des Menschen. Selbstverschuldet deshalb, weil Menschen dazu neigen, entweder aus Trägheit, aus Faulheit, sich in die Unmündigkeit zu begeben, weil es einfach bequemer ist, andere entscheiden zu lassen, Eigenverantwortung für die Lebensführung abzugeben. Oder das zweite, man kommt in die Unmündigkeit durch Zwang. Einfach dadurch, dass despotische Regime oder auch vormals eine Feudalstruktur einen einfach zwingt. Die Staatsgewalt oder die Gewalt der Herrschenden macht einen unfrei und lässt einem keinen Raum, selber sozusagen sich seines Verstandes zu bemühen, um ein anderes Wort von Immanuel Kant zu bemühen. Und was meint das jetzt? Also wenn die Medienindustrie pervertiert die Idee der Aufklärung, dann meint er damit, dass nur vorgeblich Fernsehen ja etwas ist, was uns befreit, weil das Fernsehen ja auf den ersten Blick ein demokratisches Medium ist. Es ist jedem zugänglich, jeder kann sich darüber Inhalte aussuchen. Ab dem Moment, wo wir mehrere Sender haben, bin ich selber sozusagen Herr der Lage, was ich mir davon aufanschaue. Aber warum ist es letztlich eine Perversion der Idee der Aufklärung? Weil, so Adorno, es eigentlich dazu verführt, dass die Menschen in eine Unmündigkeit, auch eine geistige Unmündigkeit gezogen werden, dass sie eben nicht mehr in der Lage sind, sich ihres eigenen Verstandes zu bedienen, sondern zum Sklaven oder zur Sklavin des Fernsehprogramms zu werden und sich unterzuordnen, genau unter diese lineare Struktur, dass man sich da durch die Zeitdeterminierung der linearen Ausstrahlung unterwirft. Der Dr. Kimbel kommt um 8 Uhr. Und warum will man das sehen? Das ist genau das Manipulative, dass das, was Niklas Luhmann sagt, was Unterhaltung immer tut. Unterhaltung schafft eigentlich nur nichts anderes als Ungewissheit und versucht, dem Menschen Glauben zu machen, dass er jetzt wissen will, wie sich diese Unwissenheit auflöst. So funktioniert nach Luhmann Unterhaltung generell, ob das jetzt eine Romanhandlung ist oder ob das eine Serie ist. Auch heute die modernen Dramaturgien in Netflix-Serienstaffeln funktionieren. Nun, genauso. Und dass wir dadurch sozusagen dieses Bedürfnis bekommen, ja, jetzt will ich schon wissen, wie es ausgeht. Und sie haben dann immer Cliffhanger am Ende von Serien, von House of Cards bis was weiß ich und haben das Bedürfnis, jetzt zu schauen, ja, wie geht es jetzt weiter eben. Und das ist nun das Manipulative in diesem Zirkel, weil es im Grunde ja alles, wie Luhmann auch sagt, sind ja alles Konstruktionen. Luhmann hat ja ohnehin den konstruktivistischen Ansatz auf alles, was in Massenmedien passiert, aber insbesondere natürlich auch in der Unterhaltung. Und das, was das bezeichnet nun mit einiger Berechtigung Adorno als Industrie, ja, weil es natürlich auch kapitalistisch getrieben auf die Bindung von möglichst vielen Zuschauern gerichtet ist, weil man nur dann viel Geld verdienen kann, indem man Werbeplatzierungen möglichst teuer verkauft an Industrie, die wiederum ein Interesse hat, ihre Produkte zu platzieren, bei einer Aufmerksamkeit von einer breiten Zuschauerschaft. Und so ist alles doch sozusagen in diesem kapitalistischen System ausgerichtet. Und das führt dann Adorno dazu, von einer Medienindustrie zu sprechen, die also nicht etwa von höheren ideellen Zielen etwa wieder Kunst getrieben, wie die wieder Kunst getrieben ist, sondern eigentlich ein kapitalistisches System ist. Und das macht er in dieser zweiten These nochmal auf, die fast autopoietisch gemeint ist, also auch sich selbst erhaltend. Und es wird erst durch diese Produkte, wird erst eine Nachfrage erzeugt, die es ohne diese Produkte überhaupt nicht gäbe. Und jetzt sehen Sie ja auch schon, so unmodern erscheint das gar nicht, wenn Sie sich das jetzt mal eben, die Frage vorlegen, ob sowas möglicherweise in gleicher Weise heute Platz greift, so eine These, wenn man eben abends oder jetzt vielleicht auch im Covid-19-Zeiten übertrieben, eine Staffel nach der anderen durchnudelt und sich das anschaut. Dass sozusagen erst dann, wenn ich durch diese konstruierten Dramaturgien gefangen bin, ich erst diese Nachfrage, dieses Nachfrage-Motivationsmoment habe, dass ich dann weiterschaue und immer mehr. Und nach der Folge oder nach der Staffel schaue, was gibt es jetzt Ähnliches dazu? Also Menschen, die diese Staffel schauten, schauten auch das. Und sie werden gleich in das Nächste reingezogen. Und dann wird, glaube ich, klar, was Adorno meint. Und ich glaube, er würde das heute auch sagen, dass Netflix und Amazon nun genauso noch auf diesem Weg der kapitalistischen Medienausrichtung sich bewegen. und natürlich dort den Vorteil haben, dass sie nicht mehr linear sind, dass sie nicht die Zeitdisposition der Nutzerschaft binden, sondern man ist relativ frei und die mahnen, wenn man es abruft. Aber im Grunde dieser Grundgedanke doch auch noch bleibt. Es pervertiert die Idee der Aufklärung, weil sie am Ende, wenn sie sich nur noch entscheiden, schaue ich jetzt Amazon oder schaue ich Netflix, im Grunde unmündig sind. Also diese geistige Unmündigkeit, aus der ja die Aufklärung bzw. Immanuel K. K. Kant gerade den Ausweg postuliert, dass sie den selbst nicht wählen wollen, sondern sich lieber auf die Couch setzen. Und das ist das, was natürlich auch kulturpessimistisch selbstverständlich ist. Und auch hier wieder im Grunde mit anderen Worten gewendet, die gleiche These. Die Amüsier waren, predigen nur die Aufklärung. Faktisch betrügen sie die Massen durch ihren Unterhaltungsangebot um die eigentlichen Errungenschaften der Aufklärung. Freiheit, Gerechtigkeit, Humanität. Und jetzt glaube ich so langsam erschließt sich Ihnen der Gedankengang. Und auch hier werden Sie sehen, in den nächsten Thesen also dieses Naivmachen greift schon stark auch in das rein, was später Niklas Luhmann in der Realität der Massenmedien nochmal aufgreift, in dieser Kurzthese von ihm, dass die einzige Realität, die wir eigentlich kennen von der Welt oder das einzige Bild von der Welt, das wir kennen, das der Massenmedien ist. Und das ist natürlich in besonderer Weise gewendet gegen das Fernsehen, weil das Fernsehen mit audiovisuellen, linearen Bildern noch stärker diesen Eindruck des Welthaften, also des Laufs der Welt veranschaulicht und deshalb auch diesen Eindruck suggeriert, es hätte was Reales und wenn ich mir das anschaue, dann informiere ich mich, dann fühle ich mich aufgeklärt, weil ich mich informiert habe und das meint jetzt eben Adorno, das tritt eben gerade nicht ein, eigentlich betrügt es den Menschen um die Errungenschaften der Aufklärung, wobei ich hier jetzt weder weniger Gerechtigkeit und Humanität in den Mittelpunkt gestellt hätte, sondern gerade eben das Verlassen dieser Unmündigkeit, der geistigen Unmündigkeit. Gut, also das hier kennen wir auch schon von Luhmann und von vielen anderen, zum Beispiel Wolfgang Koi, das zielt auf eine Synthese von Radio und Film, also neue Innovationen greifen immer nur das auf, was es schon gibt und kumulieren das oder kulminieren verschiedene Inhalte in einer neuen Medieninnovation, das kennen wir schon und gleichzeitig führt es zu einer Verarmung der ästhetischen Materialien. Hier sehen Sie so vielleicht ein bisschen auch die Denkrichtung aus Walter Benjamin, dass wir uns ja zugegebenermaßen etwas verkürzt angeschaut haben in seinem technikphilosophischen Ansatz, das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Wobei das hier natürlich noch hinaus geht darüber. Also die Verarmung der ästhetischen Materialien kommt hier natürlich auch aus der kapitalistischen Getriebenheit heraus. Sozusagen ich versuche den Invest möglichst klein zu halten für ein Maximum an Ertrag. Und sozusagen Invest klein zu halten ist etwas, was ja nun auch zur Verarmung ästhetischer Materialien beiträgt oder beizutragen geeignet ist. Nun, ich will jetzt nicht alle Thesen von Adorno en Detail besprechen. Sie haben sicher jetzt, glaube ich, verstanden, mit welcher durchaus extrem kritischen Sicht er vor allem das Fernsehen beleuchtet als Ausfluss eben der kapitalistischen Gesellschaft, wie sie sich ja nun vor allem in US-Amerika ausgeprägt hat. Auch hier sind die historischen Wurzeln tiefgreifend. Also sie greifen ja im Grunde zurück in die Zeit der Reformation. Und vor allem der Wegwanderung der Protestanten, also der Puritaner. Und im Grunde haben wir von Anfang an eher so eine, in US-Amerika, das Platz greifen dieser kalvinistischen Denke, der Prädestination, des Auserwähltseins. Und um die Zeichen des Auserwähltseins an sich zu entdecken, muss man wirtschaftlichen Erfolg haben. Weil die wirtschaftlich Erfolgreichen, die sind die Auserwählt. Und das führt dann in diese kalvinistische, puratinistische Denkweise und Lebensphilosophie, die dann eigentlich auch den Kapitalismus letztlich befördert hat. Gut, also die übrigen Thesen, die zum Teil auch kritisch sind. Also hier zum Beispiel das kindliche Vergnügen beim Betrachten von Männchen, Weibchen und Gebilden wie Spielzeug. Das zielt natürlich auf die Miniatusierung, wie wir sie, wie es eben Susan Sonntag auch schon mal gemacht hat. Alles, was im Fernsehen da erscheint, scheint klein und verniedlicht beziehungsweise vielleicht bagatellisiert auch. Das ist etwas, was man sicher einfach, was halt einfach der Technik der damaligen Zeit geschuldet ist. Und wenn Sie dann heute 100 Zoll Flat Screens haben oder über einen Beamer sich den Fernsehen an die Wand werfen, haben Sie ja die Miniatisierung nicht unbedingt mehr. Das ist eher so eine technische Bedingtheit, die aus meiner Sicht nicht das Wesen dessen, was Fernsehen ausmacht, auf dieses Wesen abzielt in der Kritik. Gut, also lassen, verlassen wir Theodor Adorno. Für den Moment greifen wieder unsere chronologische Erzählung auf, wie sich das Fernsehen bei uns etabliert hat. Und ein sicher wichtiger Milestone weiterhin ist dann eben die erste Live-Übertragung des Fernsehens. Jetzt kann das Fernsehen sozusagen Ereignisse schon übertragen, natürlich vor allem historisch bedeutsame Ereignisse und das sozusagen im Live-Gefühl des Dabeiseins. Und die erste Eurovision-Sendung, wenn Sie so wollen, länderübergreifende Live-Übertragung, war ja die Krönung von Elisabeth II. erstarrt schon 1953. Also unglaublich, wie lange die Dame schon jetzt auf dem Thron sitzt und damit ja länger auf jeden Fall als ihre Namensgenossin Elisabeth I., die ja auch eine sehr lange und sehr prosperierende Regentschaft auf der Haben-Seite hatte. Nun Elisabeth II. sicher schon länger auf dem Thron sitzt, nachdem sie sicher auch, das natürlich bedingt war durch den vergleichsweise frühen Tod von George VI., der ja nach einer Lungen-OP, ich glaube an Lungenkrebs, dann rasch verstorben ist. Und dann, wenn ich es richtig erinnere, die frisch vermählte mit Prinz Philipp, frisch vermählte Elisabeth II., dann aus Nairobi zurückgerufen war und dann zur Krönung anrückte. Und diese Krönung von Elisabeth II. ausdrücklich auch auf Wunsch von Elisabeth II. dann zur Krönung kam. Und hierzu gibt es eine sehr interessante Dokumentation, die sich nicht so sehr mit der Krönung befasst, als vielmehr mit der Fernsehübertragung der Krönung. Das wird jetzt hier in diesem Semester jetzt nicht gehen, dass ich Ihnen über das Screencast das alles zeige. Ich weiß nicht, dürfte auch noch über YouTube abrufbar sein, Krönung Elisabeth II., eine Art der Dokumentation, in der ganz wunderbar veranschaulicht wird, wie allein der Umstand, dass es eine Live-Übertragung gab, das Ereignis der Krönung selbst determiniert wird. Also derart beispielsweise ganz erstmal technisch strukturell, dass sie einfach Kameras aufstellen mussten, auch natürlich in der, ich glaube Westminster Abbey fand die Krönung statt, aber so aufstellen mussten, dass die Kameras nicht gesehen werden konnten. Und gleichwohl sollten die Kameras aber gute Bilder liefern und deshalb mussten sie schon auch zentral aufgestellt sein. Das heißt, schon die Räumlichkeiten, die Planung der Räumlichkeiten, der Krönungsfeierlichkeiten, wurden verändert durch die Anwesenheit sozusagen der Medienbeobachtungsinfrastruktur. Das war sicher so. Und auch die Vorbereitungen, die getroffen worden sind, dass ich Generalproben implementiere, dass während der Live-Übertragung, die dann ja in ganz Europa zu sehen war, nichts schief geht, beeinflusst natürlich auch die Art und Weise der Vorbereitung der Feierlichkeiten. Dann dürfen sie natürlich auch die diplomatischen und soziopsychologischen Auswirkungen nicht außer Acht lassen, wenn plötzlich das Ereignis beobachtet wird von einer Vielheit von Menschen unter allen möglichen Gesichtspunkten heraus. Also zum Beispiel ist der tschechische Botschafter Malik auch anwesend. Oder was ist eigentlich mit dem katholischen Bischof? Betritt der jetzt auch die Kirche, die anglikanische protestantisch geprägte Kirche? Oder ist er nicht anwesend? Und daraus können sie dann, wenn es alle gesehen haben, wieder Rückschlüsse ziehen, können das werten, können Anschlusskommunikation auch journalistisch betreiben in einem viel breiteren Umfang. Und insofern ist diese Live-Teilhabe über das Fernsehen an Großereignissen von fulminanter Auswirkung in ganz vielerlei Hinsicht. Und das transportiert diese Dokumentation in ganz wunderbarer Weise. Also wenn Sie die Möglichkeit haben, diese Dokumentation irgendwo zu finden oder zu sehen. Wir würden uns das im Präsenzkurs natürlich anschauen und auch analysieren. Aber wie gesagt, in diesen besonderen Zeiten müssen wir dann gewisse Konzessionen hier machen. Gut, kommen wir jetzt zu Marshall McLuhan, den wir ja nun auch schon mal ein paar Mal uns angeschaut haben. Marshall McLuhan ist sicher ein Medienteoretiker, der seine Thesen vor allem in diesem Zeitalter der Fernsehdiffusion gemacht hat und der, obgleich er eher aus der Literaturwissenschaft kommt, dann doch seine Thesen weitgehend abgeprüft hat über die Fernsehkultur, die ja auch damals eben seine Hochzeit in den 60er, 70er Jahren bis Anfang der 80er Jahre gehabt hat, ehe dann sozusagen die Digitalisierung über uns gekommen ist und dann nochmal auch gemeinsam mit der Computertechnologie zu weitreichenden Veränderungen geführt hat. Nun, die Thesen von Marshall McLuhan sind aus heutiger Sicht ja doch weitgehend in der Medienwissenschaft verachtet. Ich hatte Ihnen das schon mal aufgelegt, zeige es Ihnen nochmal, was faulstich hier dazu sagt, ja, das war ein Eklektiker und ein bisschen so auch ein Schwätzer und eigentlich wissenschaftlich ist das nicht, was er gemacht hat. Wenn man sich die eher kunstvolle Gestaltung seiner Bücher, ob das Mechanical Bright ist oder Understanding Media, anschaut, dann kann man diesen Eindruck durchaus teilen. Wenn gleich es schon Thesen gibt, die aus meiner Sicht bis heute bedenkens- oder diskutawürdig sind oder diskussionswürdig erscheinen, das betrifft jetzt weniger, die aus meiner Sicht auch kaum nachvollziehbare Unterscheidung in heiße Medien und kalte Medien, wobei er natürlich auch hier bestimmte Kriterien anlegt und Parameter, die ihn dann vermeintlich nachvollziehbar subsumieren lassen, was ist jetzt ein heißes Medien, was ist ein kaltes Medien. Aber im Grunde ist es eine Schubladendreckselei, die uns auf der Suche nach dem Wesen von Medien nicht viel weiterbringt. Deshalb würde ich nur, dass Sie es mal gehört haben, also diese Unterteilung in heiße, kalte Medien, Tiefstamm von Marshall McLuhan ist eine seiner bekannten Typologisieren, die so auch gleichzeitig simplifizierend sind. Das hat ja nun Marshall McLuhan auch so bekannt gemacht, dass er in der Lage war, eben vermeintlich komplexe Gedankengänge dann in einfachen Thesen, in einfache Thesen zu transponieren und das hat ihn dann auch im Grunde so populär gemacht. Wenn gleich, wie gesagt, sein Ruf nicht besonders wohl gelitten ist heutzutage mehr. Eine seiner sicher bekanntesten Thesen und die ist jetzt nun auch aus meiner Sicht diskussionswürdig, ist The Medium is the Message oder The Media is the Message. Das Medium ist die Botschaft. Was ist damit gemeint? Also im Grunde meint Marshall McLuhan damit, dass nicht Medieninhalte entscheidend sind, also nicht das, was ich mir übers Fernsehen anschaue, ob es Krimiserien sind oder sonstige Dinge, ist das Entscheidende, sondern das Medium als solches verändert die Gesellschaft, ungeachtet dessen, was darin stattfindet. Und das versuchte auch in einer populärwissenschaftlichen Sendung, die heute, würden wir sagen, vielleicht so eine Art Talkshow-Format, das damals als Hybrid auch noch in der Öffentlichkeit offen gestanden hat, in so einem Seminar dargelegt, nämlich in der Monday Conference. Und hier würde ich Ihnen ganz gerne das mal zeigen, wie Marshall McLuhan auch selber sich natürlich inszeniert hat, ein bisschen immer in solchen Sendungen. Das hat ihm ja zu dieser breiten Popularität und Bekanntheit verholfen. Ich hatte Ihnen ja, glaube ich, schon mal gesagt, er hat es ja bis in eine Woody Allen-Verfilmung, ich glaube, Stadtneurotiker, geschafft, dort mitspielen zu dürfen. Das ist vor und nach ihm, glaube ich, keinem Medienwissenschaftler mehr gelungen. Aber gleichwohl versuchen wir uns jetzt mal hier aus diesem Ausschnitt anzunähern an das, was Marshall McLuhan mit The Media is the Message gemeint haben könnte. Und er versucht es hier dann eben auch den Seminarteilnehmern zu erklären. Vielen Dank. and welcome to Monday Conference, which has often been said to be not so hot. When future historians look back on the 20th century, it's almost certain that one of the statements from this era, which they will treasure for posterity, is the medium is the message. Like most of Marshall McLuhan's statements, it's pithy, apparently simple, and provocative to the point of being outrageous. Another of his propositions is that some media are cool and some are hot. Marshall McLuhan studies the media as a way of understanding what it is that makes us live in the way we do, as a way of understanding society itself. He's concerned with all media, but he's best known for his work on the electronic media, particularly radio and television. He sees them as the extension of our central nervous system and argues that they're leading to an electrical re-tribalisation of the West. If there is a Mr. Electric of the 20th century, it's Marshall McLuhan. More formally, he's Professor of English in the University of Toronto, Canada and Director of the Centre for Culture and Technology there. Among Professor McLuhan's books are The Mechanical Bride, War and Peace in the Global Village and, of course, Understanding Media, The Extensions of Man. Marshall McLuhan has been brought to Australia by the Sydney radio station 2SM to address a seminar on the commercial, broadcasting and music industries. Earlier tonight, Professor McLuhan gave his address and now he's ready for questions from the audience with us, made up of the participants in the seminar and members of the general public. Well, Professor McLuhan, I think we'd better deal with the medium as the message before it does go into the 21st century. When you say the medium is the message, does that leave any room at all for criticism of individual, say, television programs? or content? Yes. You see, it doesn't much matter what you say on the telephone. The telephone, as a service, is a huge environment and that is the medium. And the environment affects everybody. What you say on the telephone affects very few. And the same with radio or any other medium. What you print is nothing compared to the effect of the printed word. The printed word sets up a paradigm, a structure of awareness which affects everybody in very, very drastic ways and it doesn't very much matter what you print as long as you go on with that form of activity. You've said that television promotes illiteracy. I'm wondering whether you think that's a bad thing. I don't think it promotes illiteracy. I think it creates another form of awareness. Literacy had very strange antecedents, very strange effects on people and we're only beginning to notice what those effects were now that it tends to be pushed aside. The literacy as a form of awareness is a highly specialist and objective sort of thing. You can stand back and the literate man can stand back objectively and look at situations. The TV person has no objectivity at all. But does television say promote illiteracy or doesn't it? It tends to create a totally different kind of awareness which is rather that of involvement. Literacy is objective. TV is subjective, totally involving. In fact, do people who watch a lot of television or listen to a lot of radio say it, do they read more or read less or do you? I think radio people are far more literate than TV people. But, no, this this is complementarity of the media. But the, I don't, I personally have avoided making value judgments because I've long ago discovered that value judgments are so personal that it confuses people enormously. Yes, but that's, that is a kind of value judgment in itself, isn't it? Not of a medium but of people and people are very diversified. It's long, it's been known for a long time that a reader, for example, the word read, to read, means to guess. Look it up in the big dictionary. The word redan means to guess and reading is actually an activity of rapid guessing because any word, any word has so many meanings including the word reading, many, many meanings that to select one in a context of other words requires very rapid guessing. That's why a good reader tends to be a very quick decision maker and a good reader, a highly literate person tends to be a good executive because he has to make decisions very fast while reading and so the very nature of reading calls for quick decisions and guessing and that's what the word means, to guess. Thank you. Now someone from the audience, please. Yes. If the medium is the message and it doesn't matter what we say on TV, why are we all here tonight and why am I asking this question? I didn't say it didn't matter what you asked on TV. I said that the effect of TV, the message of TV, is quite independent of the program. That is, there is a huge technology involved in TV which surrounds you physically and the effect of that huge service environment on you personally is vast. The effect of the program is incidental. So, also, das als Ausschnitt aus der Monday Conference, ich glaube, von 1977. Also, wir wollen uns jetzt nicht befassen mit dieser These quick readers are quick decision makers. Sie sehen daran nur die Art und Weise, wie Marshall McLuhan seine Thesen gestrickt hat. Die waren immer sehr simpel, die waren immer sehr eingängig und schienen auch immer so eine gewisse Plausibilität zu transportieren, haben aber eben dann doch ein bisschen eine wissenschaftliche Fundierung vermissen lassen. Heute wissen wir ja auch, dass sozusagen die Fähigkeit schnell lesen zu können nur nichts damit zu tun haben muss, schnelle Entscheidungen zu treffen. Also, das ist natürlich von vielen anderen, vor allem auch psychologischen Prädispositionen abhängig, ob jemand ein guter CEO ist oder gut Entscheidungen treffen kann und auch schnelle Entscheidungen zu treffen bedeutet ja nicht immer, dass die Schnelligkeit sozusagen die gute Entscheidung ist. Das sehen Sie ja zum Beispiel auch an Donald Trump, der auch sehr schnell und intuitiv Entscheidungen treffen kann, wobei ich jetzt zweifle, dass der große Blonde aus US-Amerika schon viele Bücher gelesen hat. Also das kann man sicher hinterfragen, diese Gleichsetzung. Aber das wollen wir uns auch jetzt nicht vorlegen, sondern eher dieses The Medium is the Message und ich glaube, er hat es auch in diesem Vergleich mit dem Telefon sehr gut darlegen können, was er meint und da ist glaube ich schon mehr ein bisschen medienteoretisch auch Fleisch am Knochen, dass wir sagen, die Inhalte sind egal, sondern es kommt als das Medium als solches an, als gesellschaftlich relevantes Umweltfluidum, was uns alle verändert. Also das Telefon ist ein gutes Beispiel. Ich würde heute sagen, auch die Internet-Telefonie oder die Smartphones, die verändern doch ungeachtet dessen, was sie sich jetzt darauf anschauen, ganz enorm die Art und Weise der Kommunikation auch im Alltagsleben. Auch die physische Face-to-Face-Kommunikation, auch das in Straßencafés sitzen und jeweils im eigenen Smartphone zu blättern und sich gar nicht mehr zu unterhalten. Oder wenn sie heute in einer U-Bahn fahren oder in einem Bus, was man heute ja nicht mehr so besonders häufig macht, zumindest zur Zeit, aber sie sich dann mal beobachten und einfach mal statistisch auswerten, wie viele, die dort gerade fahren, haben gerade ihr Smartphone und rezeptieren irgendwas über das Smartphone und wie viele schauen aus dem Fenster raus. Und daran sehen sie, dann ungeachtet dessen, was sie dort rezipieren, hat es natürlich eine Veränderung unseres ganzen Habitus, auch unserer Denkstruktur, darüber, wie wir bestimmte Zeiten nutzen, so vermeintliche Kurzzeiten, die uneffektiv scheinen, wie zum Beispiel eben jetzt gerade eine Zugfahrt zu unternehmen und nicht mehr aus dem Fenster zu schauen oder vielleicht selbst zu reflektieren. das ist ja nun auch so, man nutzt ja die Zeiten dann nicht, indem man irgendwie kuhäugig in die Landschaft startet, sondern man nutzt es vielleicht auch zur Selbstreflexion über Dinge, die das eigene Leben betreffen, vielleicht auch Selbstzweifel zuzulassen. Ich sage ja immer, intelligente Menschen sind davon geprägt, dass sie zweifeln, dass sie hinterfragen, auch sich, auch ihr Handeln und dass es Teil der Persönlichkeitsentwicklung ist. Und das zum Teil natürlich dann auch abgeschnitten wird, wenn ich mich jetzt permanent irgendeinem kleinen Screen zuwende und mir dort über Mini-Informationen bis Games oder so diese Reflexionszeit selber nehme. Verändert das mich sozusagen auch in meiner Reflexionsfähigkeit und damit mittelbar auch in meiner vielleicht, weiß ich nicht, intellektuelle Tiefe, klingt wieder zu kulturpessimistisch, aber in meiner Persönlichkeitsstruktur auch was das Bild meiner Selbst, das Zulassen der Reflexion des eigenen Selbstbildes dann erlaubt. Und das sind schon interessante Fragen, die durchaus zu tun haben mit dieser These The Medium is the Message but not the Content. So könnte man es vielleicht vollständig diese These aus formulieren. Gut, also das Marshall McLuhan, also auch aus dem können wir sozusagen immer noch in dessen Schatztruhe seines Wirkens durchaus Perlen entdecken, die aus meiner Sicht das Wert sind, immer noch diskutiert zu werden und über die es sich noch mal nachzudenken lohnt. So, wie ging es in Deutschland weiter? Sie wissen ja, wir hatten ein sehr beschränktes Angebotsportfolio zunächst, eben indem wir einfach nur ein deutsches Fernsehen hatten, das natürlich aufgrund der föderalistischen Struktur dann auch noch geteilt war in die einzelnen Rundfunkanstalten, das ist ja bis heute so, kennen Sie ja NDR, MDR, Radio Bremen und so weiter. Das haben wir ja immer noch, diese föderalistische Kleinstaaterei, das wissen ja, die Bundesrepublik hat ohnehin eine ganz weite Geschichte in diese Kleinstaaterei, die eigentlich im Grunde zurückgeht bis über den Dreißigjährigen Krieg. Das sind jetzt nicht die Gründe, warum heute bei uns Föderalismus geregelt ist, sondern das hat eher was zu tun sozusagen mit auch mit Misstrauen gegenüber einem in der Nachkriegszeit wachsenden, wieder erstarkten, nationalistischen, einheitlichen großen Deutschland, sondern da ging es sozusagen auch um Machtteilung in der damaligen Anlage dieses Föderalismusstrukturen, aber diese Kleinstaaterei, dieses Fürstentums Zerteile, das ist nun etwas, was ganz typisch deutsch ist in der Geschichte und dass sich in anderen Staaten, wie ja nun in Frankreich oder England, derart nicht herauskristallisiert und abgebildet hat und über das man in einem ganz eigenen Thema diskutieren kann, ob das sinnvoll ist heute noch, ob das ein Hemmschuh ist, auch jetzt im Rahmen von Covid-19 wird das ja immer wieder diskutiert. Das führt jetzt zu weit weg sozusagen vom Thema, aber diese föderale Struktur trägt bis heute auch so ein bisschen dieses Rundfunksystem und jetzt hatten wir 1961 einen Ausbruch, in dem Adenauer versucht hat, eben so eine Art Regierungsfernsehen daraus zu machen, was natürlich das Bundesverfassungsgericht dankenswerterweise sofort abgelehnt hat, dass sowas verfassungskonform sei. Wir brauchen ja einen möglichst staatsfernen freien Rundfunk. Auch hier kann man über die staatsferne in der heutigen Struktur diskutieren, weil sie wissen ja, dass über Fernseh- und Programmräte dann doch auch einige Posten immer über die Politik besetzt werden, die auch versuchen, das weiß man aus der Historie dann auch Einfluss zu nehmen auf die Programmpolitik oder auch auf Personenbesetzungen. So und daraus entstand dann sozusagen das zweite deutsche Fernsehen, dass man sagt, okay, dann hat Adenauer gesagt, wenn ich kein eigenes Regierungsfernsehen gebe, kriege dann implementieren nur sowas wie das ZDF, was dazu geführt hat, dass bis heute immer noch das ZDF als besonders oder als eher konservativ, als eher CDU-nah eingeordnet wird, was sich aber auch über die Jahre nun schon ein bisschen versendet hat. So, dann kamen die dritten Programme dazu und dann war ja bis zur Etablierung des Privatfernsehens war es das ja, also auch die Sendezeiten waren so, dass das nicht 24-7 war, sondern da gab es dann auch den Sendeschluss irgendwann zwischen 23 und 24 Uhr glaube ich und es ging dann auch tagsüber nicht gleich morgens los mit Fernsehen. Das hat sich eigentlich eher so durch das Privatfernsehen geändert, dass man eigentlich diese 24-7 Dauerschleifen freilich dann auch mit Konserven gestrickt hat. Dann die Einführung des Farbfernsehens auch wieder als, so wie wir es bei der Cinematografie haben, als Medieninnovations logisch nächster Schritt, dass man das Farbfernsehen dann entwickelt, die Entwicklung des Satellitenfernsehens und dann kam dazu, ich will das mal hier mit dazu rühren, weil natürlich die VHS-Rekorder vor allem deshalb eben auch sich breit diffundieren konnten, weil die Möglichkeit gegeben war, Fernsehsendungen aufzunehmen und man sich so ein Stück weit unabhängig gemacht hat von dieser Zeitdisposition, Dispositionsdeterminierung, die wir anfangs besprochen haben. Wenn Sie Dr. Kimbel sehen wollen, müssen Sie halt um neun vor der Plotze sitzen und jetzt können Sie mit einem programmierbaren Videorekorder, können Sie sich ein bisschen aus dieser Zeitversklavung lösen. Dann die Entwicklung des Kabelfernsehens, die ja dann zu diesem dualen Rundfunksystem geführt hat, wiederum öffentlich-rechtlicher, privater Rundfunk. Hier würde ich so ein bisschen verweisen, auch auf das, auf die medienrechtliche Vorlesung und die Screencasts. Dort gibt es ja ein Screencast Rundfunk beziehungsweise Rundfunkrecht im Kurs Medienrecht. Da müssten Sie mal in die Playlist Medienrecht reinschauen und dort diskutieren wir die, nicht nur die juristischen Hintergründe des dualen Rundfunksystems, sondern eben auch die Sinn- und Zweckhaftigkeit dieses dualen Rundfunksystems, dass wir sehr wissen, Sie alle zwangsverpflichtet, einen Rundfunkbeitrag zu leisten im Jahr, glaube ich, 200 Euro etwa und nun eben daraus sich immer wieder der Streit entzündet, brauchen wir ein Rundfunkgebührensystem oder empfinden wir das als Zwangsabgabe, ich schaue überhaupt gar kein Fernsehen, also möchte ich auch keinen Beitrag zahlen. Diese Diskussionen kennen Sie, die aus meiner Sicht dann zu stark reduziert werden, auch immer auf die Frage des Orbs, also die Frage, brauchen wir ein Rundfunkgebührensystem oder brauchen wir keins, wobei doch viel vordringlicher die Frage ist, ob wir in einem Rundfunkgebührensystem alles das mitfinanzieren wollen, was wir derzeit tun und da weisen ja Mediennutzungsforschungszahlen ganz klar in die Richtung, dass natürlich die Grundversorgung, die eigentlich geleistet werden sollte, sich nicht bezieht auf Grundversorgung mit Kriminalserien von Soko Wismar bis Soko Wanneeigel, in dem das deutsche Schauspielkleintalentverwesertum mit Tantiemen durchgefüttert wird, sondern Grundversorgung bedeutet hier ja eigentlich was anderes, nämlich vielleicht eine Grundversorgung mit Informationen und auch mit Informationen von gesellschaftlichen Minderheiten, die allein über ökonomische Systeme wahrscheinlich nicht stattfinden würden. Also so etwas wie vielleicht 37-Grad-Reportagen auf dem ZDF, das ist doch die Grundversorgung. Und wenn Sie davon sich sozusagen abgekoppelt die Medienverbreitungszeiten anschauen, wie viel anteilig ist Information, wie viel anteilig am öffentlich-rechtlichen Rundfunkprogramm, sind eigengedrehte Kriminalserien vom Istanbul-Krimi bis zu auch eingekauften Schweden-Krimis, dann würde es sich aus meiner Sicht eher lohnen, darüber zu diskutieren, wie wird der Rundfunkbeitrag eingesetzt und lassen sich auch die jetzt wahrscheinlich gar nicht aktuell mehr durch die Landesparlamente durchgehenden Rundfunkbeitragserhöhungen, wie lassen die sich denn legitimieren, wenn wir eigentlich immer mehr zu einem Entertainment kommen, das eigentlich im Grunde nur noch auf Kriminalfilmen basiert und in der Gesellschaft letztlich nichts anderes anrichten kann, als eine überzogene und nicht mehr in der Realität seine Wurzeln findende Kriminalitätsfurcht oder Überfurcht. Das wäre aus meiner Sicht ein Punkt, der sich besser zur Diskussion eignete, als die Frage, brauchen wir das, wollen wir es abschaffen, oder nicht, sondern die entscheidende Frage muss doch sein, wollen wir es vielleicht verändern, können wir es vielleicht optimieren. Das wäre wahrscheinlich die vordringlichere Frage in diesem Kontext. So, Auswirkungen des Rundfunks, auch hier wieder sehen Sie, da will ich Sie weitgehend aber auf Skript verweisen, wie bei allen großen technischen Medieninnovationen finden Sie im Skript so einen Blog, in dem Sie alle Auswirkungen gestaffelt nach technisch, logisch, strukturell, logistisch, strukturell, ökonomische Auswirkungen, also so wie Sie es schon kennen vom seriellen Buchdruck, wie wir es gemacht haben bei den elektronischen Individualkommunikationsmedien, das finden Sie alles hier. Es ist weitgehend selbsterklärend, da möchte ich jetzt gar nicht mehr so übermäßig viel Zeit drauf verschwenden. Wir haben sehr intensiv einzelne Thesen von Adorno ja besprochen und da kann ich glaube ich Sie darauf verweisen. Wir würden uns beim nächsten und dann die Mediengeschichte abschließenden Screencast noch ein bisschen mit der Digitalisierung und der Entwicklung der und Diffusion der Computertechnologie befassen, um dann den Mediengeschichtlichen Blog damit dann auch abzuschließen. Ich hoffe, das hat Ihnen so einen gewissen Einblick bekommen, auch medienteoretischen Einblick in die Fernsehdiffusion. Ich würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Screencast wieder dabei sind. Bis dahin.